Und zu diesem Urteil ist jetzt aus unserer Innenpolitik-Redaktion Thomas Langpaar-Leuf im Studio. Das Urteil hat im ersten Moment als überraschend streng ausgesehen. Ist es das tatsächlich auch bei genauerem Hinsehen? Naja, vor allem bei den beiden Hauptangeklagten mit 10 und 14 Jahren wirkt das so. Aber das hat einen Grund und das ist, weil hier nach §242 Hochverrat geurteilt wurde. Und da beträgt der Strafrahmen 10 bis 20 Jahre Haft. Und wenn man diese 10 bis 20 Jahre ansieht, dann sind die 10 Jahre die untere Grenze, die 14 Jahre deswegen, weil da noch einige andere Delikte dazukommen. Die Geschworenen haben es offensichtlich als erwiesen angesehen, dass dieser Straftatbestand bei den beiden Angeklagten zutrifft. Bei anderen Angeklagten wurden andere Straftatbestände angewandt, wo der Strafrahmen und damit auch die Urteile deutlich milder sind. Dass in den letzten Jahrzehnten nie ein Urteil wegen Hochverrats gefällt wurde, hängt ja nicht zuletzt auch damit zusammen, dass der Gesetzgeber damals eine ganz andere Tätergruppe vor Augen hatte. Und zwar radikalpolitische Gruppierungen. Das sind die ja gar nicht. Nein, dieses Phänomen und diese Gruppe, die jetzt vor Gericht gestanden hat, ist ja ein relativ junges Phänomen der österreichischen Kriminalgeschichte. Das hat es bis vor wenigen Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben. Man hat erst vor zwei Jahren einen neuen Straftatbestand geschaffen, den Paragraphen 247a, um genau auf diese Zielgruppe schon im niederschwelligen Bereich Mittel in der Hand zu haben, die diesmal nicht zur Anwendung gekommen sind. Aber schon allein die Zahl der engeren Sympathisanten, es sollen rund 2500 sein, die nicht im engeren Sinn politische Motive, sondern andere Motive angeben oder haben für ihre Taten, zeigt, dass die generalpräventive Wirkung dieses Urteils durchaus angesagt ist. Vielen Dank, Thomas Langball, für diese Einschätzungen.